Es ist kurz nach drei Uhr am Morgen, als aus einer Tiefgarage in der Kaufbeurer-Gutenberg-Straße dichte schwarze Rauchsäulen nach außen drängen. Aus bisher ungeklärter Ursache war in der Tiefgarage ein Pkw in Brand geraten und stand beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte bereits im Vollbrand. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit dem Ablöschen des Fahrzeuges. Die besondere Herausforderung lag in der dichten Rauchentwicklung vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand keine Person verletzt. Zur Brandursache und Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.